hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge rainbow six beach mit dem linken dominik wieso sagen sie alle linken park das verstehen kann mir jemand das mal wirklich mal beantworten wie kommt man von linken park auf linken das hört sich schon falsch gespawnt die komplett anders an keine ahnung frage mich ein fun fact zwischendurch entweder malz ist 0,5 prozent alkohol ja ja wirklich sind hier oben haupteinkommen heute eingepackt kleiner fun fact ja halt aber echt ja schön kannst du den po schieben das ding hier nimmt heute die japanesin die japanerin also ein kleiner schlängel ist er das gut wo das sei so zwischen den beinen geschmissen habe da gibt es ein fenster gehen an ich möchte nur gucken ob da ein fenster gibt es gibt es ein fenster natürlich da hinten gibt es ein fenster ja du musst die match auswendig können nein wo ist das spaß wo habe ich nicht gehabt leider würde ich auch sagen da wäre hört mich nice ich wollte sie gerade erschießen guck mal zur ich bin gerade von echo da kommt wirklich glaube einer ich habe das steps gehört echo ist genau da oben wo die tür ist links von der tür der hockt da oben der rekrute ist auf k noch mal gemeldet dafür echo aim genau die tür hier ab also die treppe ab der ist wenn die gang links wo der hat mein hart hatte ich vor dir er holt fast ein ace alles kann er schießt auf einem schild ich nehme die japanese jetzt auch ok macht ob es wie einer aus unserem team raus weil der afk rum stand wenn er keine beine hat möchte den ganzen tag ich sitze hier warte auf schönes wetter der stand afk rum als rekrut die habe ich dann gemeldet und dann plupp eine sekunde später ist er raus ha 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 dass ich so geil finde ja wer weiß so ich setze mich dahin wo echt wo der Platz gemacht hat und flupp boah die haben Yogi kaputt gemacht Blackbeard und Dingsbums blitzt hier am Fenster da war auch einer da war auch einer Scheiße Achtung wenn du runterkommst rechts nein Mann weil wir nicht alles richtig dicht machen jedes Mal meine Fresse um um achso na und geil ich will schon ein Autogramm von gehauen ne danke lass mal von einer wie dir will ich kein Autogramm einer wie dir? du bist noch nicht fame genug natürlich alter 3 Milliarden habe ne oh mein Bein ist eigentlich schlafen oh mein Schreibtisch bewegt sich du fett bist also? mhm ich könnte platzen alter wenn ich jetzt umfallen würde platze ich einen Unfall hast platzt du? wenn ich umfalle alter ich kaufe dir mal ein besseres Fettzeit alter 30 Euro oder was? kannst du mir alles geben kannst du mir jetzt sponsern natürlich mach mal die Augen zu wenn du was gehst dann ist es ein Traum das stell dich doch nicht an na oh oh das tut nicht mehr da ich wollte erst nur sagen na du bist du auch im Jammer? ne ich wollte erst ha ha bist du im Jammer? paar Sekunden später war ich selbst im Jammer ha ha hm missstück meine Fresse diese kleine verschissene Dreckskamera ne diese ich hab Kamera gesagt 20 Euro hättest du oder was? ne 260 ja in deinen Träumen oh hier hinten ist es offen da habe ich auch ein Käpfchen gesehen ich hab aber kein AC83 drauf da ist offen ja da hinten die doch noch lebt toll bist du bist ein wechser ja fuhr links da ist was war da für eine umdrehung schmeiß vor dem schild die handgranate hin bedrohung neutralisieren eigener druck getötet ecco hat meine ash explosion überlebt respekt da nebo ja hier kann ich will mal Bommes schnell machen schnell hin stehen in die fixe frische äh piep die fixe frische der war gut alter so meine Freunde Johnny Johnny ja, mach, mach, mach haben da gekocht, haben wir auf Aufschlagung Alter, Drohne, hau ab lass mir in Ruhe, Drohne, bitte hängt mH, Foto machen oh guck mal, da sieht mH-Foto macht der als screenshot dann so der Notgeile ja, war Hallo Ich und meine Yugi werden jetzt... Oh, toll, dankeschön. Yugi, flieg! Ich sag da jetzt nichts zu. Magasinwechsel! Easy, die mich wegwägt leider. Wir machen Silber die ganze Zeit. Weg im Batschein. Weg im Batschein. das eigenen trupps verbleibt er links kommt habe ich den wenigstens gekillt weiß ich nicht wenn ich den daumen schossen und die runde beendeten stirbt er nicht wenn die gewinnen auch dann nein 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 ich habe keinen wach mehr auf das spiel ich spiele lieber hier battlefeet oder so der biogefahr muss jetzt lokalisiert werden genau kappkapp Oha, wolltest du da hoch springen oder was? Ja. Cheater. Boah, du bist aber ein Anti-Made. Aber was stimmt nicht mit meiner rechten Maustaste? Wer bringt da eine Kapkan-Draht an? Eier so lame. Ja. 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 Ja.